Dann haben wir die schon mal zusammen bekommen So hier wird die Goldmine schon mal vorbereitet Das ist auch gut Hier muss noch die Goldschmelze geplandelt werden und dann passt das So wir müssen auf jeden Fall sehr schnell mit unserer Kampfstärke dominieren Das heißt sehr viel Gold produzieren und herstellen Alles noch einladen So Eins, zwei, drei, vier Genau So da kommen wir noch zwei Einen Stein Und Noch einer auch hier, dann haben wir ja alle Sehr gut Die Achse ist noch da? Ja Gut, wunderbar Dann ist der Turm jetzt auch fertig Und Na gut Wo ist der Stein jetzt? Wird der nicht hier hergebracht? Ach der wohne hier eigentlich aber zum Wohnhaus, na toll Na super geil Na super geil Egal Dürfte ja nicht allzu lange dauern Ähm Die schick mal kurz hier runter, damit du die Bäume mal wegballern kannst Die Bäume ja doch ein bisschen stören Wäre schon ganz gut, wenn die da wegkommt Wäre schon ganz gut, wenn die da wegkommt Die Bretter haben wir schon mal ganz gut gepasst Da Ja Die Kühlerhütten, die werden sich freuen auf jeden Fall Ja Tja Der Wachtturm kommt zu spät, Freunde Die Blauen waren schneller Das haben wir schon mal, ne? Ja Gut So, hier können wir noch nichts machen Das dauert noch ein bisschen, bis das hier alles bepflanzt ist Gut Dann geh du mal da hin Du gehst da hin Und dann gehst du wieder da rüber So, der Abstand, der muss schon halten So So Gut Dann brauchen wir erstmal nen Hammer Und Kohle Geil Wir haben keine Kohle mehr Das ist schlecht Also brauchen wir die Kühlerhütten Da fehlt noch ne Axt Auch schlecht Dachte ich jetzt schon alle Aber Bretter sind auf jeden Fall genug da Holz auch Sehr gut Hoffen wir mal, dass wir jetzt schnell zusammenkriegen Goldmine ist auch fertig Wunderbar Hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell fertig wird Hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell fertig wird Aber umso besser Also eine wird auch gleich fertig sein Und die Kühlerhütten, die brauche ich jetzt einfach Da wird ja eine Wachtturm aufgebaut Und die Goldmine kriegt auch schon die Fische Na das läuft doch langsam her Hoffentlich bleibt der Stand doch erstmal so Dass wir ja nicht geärgert werden Wäre schon ein bisschen doof Wäre schon ein bisschen doof Aber ich werde ja noch ein bisschen mitspielen hier Vielleicht mal nen großen Tempel irgendwo hinbauen Wenn ich Platz habe Ich bin nicht zu nah an einer Grenze Da oben ist eigentlich auch kein guter Ort Muss ich wohl noch ein bisschen warten So, die Segelwerke sind auf jeden Fall schön voll Das ist gut Für die Kühlerhütten Das freut mich Schauen wir mal, dass die Kühlerhütten schnell fertig werden Da müssen ja noch alle planiert werden Dass hier auch noch ein Obwald gebaut werden Steine werden ja gerade zu Goldschmelz anscheinend angebracht Nein, das sind Tore Sollen sie das Land haben Lässt du das? Kollege Dass der halt immer so ähnlich hat Ja, hier sind jetzt auch noch welche Okay Ich will hier nicht überstürzt handeln Irgendwie, dass ich irgendwelche Türme angreife Das wäre wahrscheinlich fatal So, Baumstämme überall einer So, Baumstämme überall einer So, das läuft doch Findet sich jetzt hier noch bei allen mit den Kühlerhütten Dass wir dann da schnell das Material anbringen Das wäre gut Auf jeden Fall brauchen wir die Kohle Damit wir die Waffenschmiede aber brauchen können Also Damit wir da einen drin haben Bis jetzt ist ja noch leer Ach der wird an die Rücken naja, dann schreien wir den mal hier runter so, da brauchen wir mal eine Lazarette wir müssen auf jeden Fall hier aufpassen, dass das Land nicht eingenommen wird so, mann, die erste Ernte ist ja bald da, sehr gut dann kannst du ja mal langsam losgehen, komm, mach's mal hin jetzt oh, ordentlich Kohle wie weit ist das hier, 76, mann, die ganzen Planierer die müssen doch nicht 20 verschiedene Ausstellen planieren, die können auch ach, ja, mal zeug dazu noch an so, der hat die erste Ernte eingefahren sehr schön 62, 47, 48 ja, der Turm wird hochgezogen, ich denke mal, der wird fertig dann werde ich den hier erstmal zurückziehen damit er da auch nicht rangeht so, gut oder auch nicht gut ja, ich weiß, da fehlt noch ein Hammer da fehlt auch noch eine Axt hier hinten ja, genau die Axt meine ich ich werde mal nochmal speichern damit wir das ja auch safe haben bis hierhin was bleibt hier, ach der Tempel noch, ok warum geht da eigentlich kein Bauarbeiter hin wir könnten sie doch schon bauen, das ist doch schon ach ne, muss ja noch planiert werden hab ich gar nicht gesehen ok, ich hab nichts gesagt jetzt ist auch die Köhlerhütte fertig die auch jetzt müssen auch die beiden dann gemacht werden 85, 92, das Ding wird echt schneller verliere als das hier jetzt wird sich verarschen die haben hier viel früher angefangen und wenn da 20 Männer arbeiten daran ist kein Wunder so, hier können sie schon mal akkern, ok sehr schön, dann gehts gleich los mit der Kohleherstellung und die scheinen keine Schreckchen von mir zu haben erstmal schauen wir mal, wie lange das so bleibt ich scheine noch keine Spione her zu schicken hm das ist merkwürdig aber nur gut soll mich nicht stören wenn die keine Spione her schicken dann das wird mir auch recht verteilen sich meine Soldaten nicht so 130 so du Kollege kannst ja auch mal weiter suchen du hier unten genauso wenn wir da noch ein bisschen Kohle finden vielleicht baue ich dann doch noch eine Kohlenmine hin und werde die auch vielleicht noch mit Fisch versorgen sollte ja klappen dann ah ok jetzt haben sie doch einen Schwerdkörper dann schade steine müsste ich genug haben also hier sind 8 da sind 8 genau und da sind auch 8 dann haben wir auf jeden Fall genug und ja die erste Kohle ist fertig wunderbar die ganzen Bretter hier hin schön voll machen schön voll machen die Kohle da könnte nur Kohlen werden ok sehr gut schön voll machen bis oben hin will ich das sehen hier wunderbar so jetzt bauen sie da auch noch ok so jetzt bauen sie da auch noch dann werde ich den Soldaten hier hinschicken ja das wäre gut wenn der erste Soldat den ich dann produziere gleich so ein starker wäre so ein mittel starker hätte ich keine Probleme mit die Waffenspiele brauchen wir sowieso erstmal auch äh den Hammer was hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern sollte so unsere erste Kohle wunderbar da fehlt nur noch ein Brett da fehlt nur noch ein Brett das hier wäre dann auch fertig und das hier dauert noch ein bisschen aber die Holzversorgung ist hoffentlich halt da das schmeckt gut so da kommt die erste Kohle gleich wieder für welche Schmelze Eisenschmelze ok wie sieht es hier aus jawoll wir brauchen aber langsam mal Kohle für die Werkzeugschmelze äh Werkzeugschmierchen Jungs haltet euch mal ein bisschen an hier Erzbiene brauche ich nicht Erzbiene brauche ich nicht so scheinbar dass hier keine Spioner ankommen wollen warum auch immer umso besser für mich habe ich meine Ruhe ja gut die beiden Kohlehütten können ja dann von hier versorgt werden vielleicht sogar das wäre ganz gut hoffen wir halt mal ja da fehlt immer noch der Hammer Werkzeugschmierde kriegt er jetzt bestimmt ja und da fehlt die Axt ich weiß wisse kommt schon mal der Hammer der absolute